Nummer 5 Es handelt sich um einen hochwertigen Augenbrauenstift mit X-Effekt zur Verbesserung des Finishes. Das Ergebnis ist ein völlig natürlicher Effekt, der Ihre Augenbrauen sofort perfekt aussehen lässt. Er ist sehr einfach zu bedienen, mit einem komfortablen und schlanken Design, das Ihnen großen Komfort bei der Verwendung bietet. Außerdem verfügt er über ein vollautomatisches System, das es Ihnen ermöglicht, die Spitze nicht jedes Mal entfernen zu müssen, wenn sie abgenutzt ist. Dank des Verblendungspinsels können Sie dann ein perfektes Finish erzielen. Er ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich, sodass Sie denjenigen auswählen können, der am besten zu Ihrem Stil passt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4 Mit diesem Stift lassen sich die Augenbrauen leicht auffüllen und schattieren. Sie brauchen ihn nicht anzuspitzen, während Sie Ihre Augenbrauen zeichnen, was Zeit spart und Ihnen ein einzigartiges Ergebnis ermöglicht. Er hat eine patentierte Formel, die Ihnen wie ein farbiges Wachs macht und es Ihnen ermöglicht, Ihre Augenbrauen auf eine völlig natürliche Weise zu zeichnen. Er ist eine großartige Option, um Ihre Augenbrauen voll, schattiert und gleichmäßig zu halten. Er ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Dieser Augenbrauenstift hat eine gegabelte Spitze, mit der Sie ein besseres Ergebnis erzielen können. Er hat ein einzigartiges Vierzahndesign und ist ein sehr widerstandsfähiges und wasserdichtes Modell, das 24 Stunden lang hält. Er ist sehr einfach zu benutzen und sein Griff ist ergonomisch geformt, um das Auftragen von Make-up zu erleichtern. Außerdem können Sie ganz einfach alle Arten von Augenbrauen mit natürlicher Farbe und perfekten Linien zeichnen. Sie können ihn auch in verschiedenen Farben finden. Mit diesem Stift können Sie schnell volle Augenbrauen erzielen und einen auffälligen Look erhalten. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dies ist ein hochwertiger Gabelstift für Ihre Augenbrauen mit einem einzigartigen Vierzinken-Design. Es wurde speziell für eine lange Lebensdauer entwickelt und ist absolut wasser- und schweißbeständig. Dank der vierzehnigen Spitze können Sie alle Arten von Augenbrauen schnell und einfach zeichnen. Außerdem lässt Sie sich leicht mit einem Make-up-Entferner oder einem ölhaltigen Reinigungsmittel entfernen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Er ermöglicht es Ihnen, die Konturen Ihrer Augenbrauen vollständig zu definieren und ist sowohl für Profis als auch für Anfänger geeignet. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Es ist ein einziehbares Modell, mit dem Sie dünne oder spärliche Augenbrauen zeichnen, formen und definieren können. Er verfügt über eine feine Spitze, mit der Sie Ihre Brauen präzise nachzeichnen können. Darüber hinaus ist er so konzipiert, dass er die Augenbrauen Haar für Haar bearbeitet und selbst die dünnsten Härchen abdeckt. Außerdem hat er ein integriertes Goupilon, mit dem Sie den Stift in Ihre Brauen einführen und die Farbe verblenden können. Er ist in verschiedenen Farbnuancen erhältlich, sodass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihrem Make-up-Stil und dem gewünschten Farbton passt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017